Laguna Soll Komm ein bisschen raus Laguna Immer die Bruchstöcke vergessen Dann können wir schonmal in Raid runter gehen Bringt uns schonmal zum Raid Ich dachte ihr wollt jetzt mit dem Partychat gehen Was denn nun eh Ja Er macht ja mit Er muss nur die Bruchstücke holen Ja bei Spielitztät können wir ihn nicht hören Es sind drei Leute Können ihn in Spielitztät nicht hören Und das ist wieder schlecht Okay Ja weil bei dir wieder Nattprobleme Bla 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 Ein X vom Mikrofon eben Was ja die Lieblingsbeschäftigung von Destiny ist Einen anzupissen Oh 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 Das war's. Er ist zurück und hat immer auch ein Mikrofon X. Er ist bereits elf licht. Interessant. Und die kommen immer noch nicht im Party-Chat wieder. Ja, ich glaub's nicht. Ah. Ja, ich hab wie immer meine eine da. Laguna. Laguna hat Jäger dabei. Sein Bullock ist nicht gut genug. Nö, er hat Jäger. Sein Bullock ist nicht gut genug. Und Laguna kommt mit... Ja, aber Laguna kommt mit dem Sprung vom Warlock sowieso nicht klar. Also er schafft's meistens innerhalb von, äh, ich glaub 20 auf 25 Sekunden. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Dann würd ich sagen, lasst Laguna's mal machen und sehen wir wie schnell es geht. Äh, auf Oryx macht man da nicht. Ich hab, ich hab normalerweise immer ein Schwert dabei, eigentlich. Ja, wenn sie es jetzt alle haben, wenn sie es jetzt alle haben, dann perfekt. Ich bin hier immer am Anfang gleich oben, weil die Gegner man von hier aus sehr gut schießen kann. So, wie läuft jetzt die Strategie genau ab? Weil soweit ich gehört hab, kommen auch bei jedem Ritter noch die, äh, bei jedem, äh, Urge auch noch die Ritter. Ja, sobald ich mich erinnern kann. Wo es mir zumindest erzählt. Einfach mehr killen. Wie läuft das? Ja. Ehm. König geht's mir fast. Sieht, wir sind ziemlich wütend. Wie läuft's hier. Wie läuft's mit einem Weg? Wir wollen ja das. Ja. Wie läuft's. Wir wollen ja. Lass uns auch mit einem Weg. von da oben ist eigentlich ziemlich gut ich habe von hier oben immer gesnipet die urga weg ist noch beim normal das ging super geil ja aber bloß wenn man hier oben ist hat man auch wie im vorteil man wirklich sofort von den arzt getroffen das muss man als positiven aspekt wiedersehen wenn man oben ist deswegen müsst ihr wissen wir können sie einmal oben und einmal unten probieren wenn wir es beim ersten mal gleich unten schaffen dann ist es auch egal ja kein schwein ja ich bin ich bin hier unten immer wie immer hier unten meine das schlechte ist bei laguna er kann schnell sterben also schwere muni habe jetzt bei mir auch nicht habe auch 200 ja ich hatte noch mehr aber egal verplempert also ich ja habe ich ja in grad schon gezeigt ich bin immer hier halt mal steffen stifler dich habe ich im turm gesehen heute ich habe mich heute im turm gesehen ja ich stehe mal plattform mal nur so kleine sache es heißt einfach nur kam wie spricht man ganz normal aus und zweitens einfach sky das ist einfach kürzer aber ja 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 Das war's. Ich hab die Raid-Sniper dabei, ob die so viel gegen die Ogre was bringt? Andere Frage. Ja, meiner Draht, 18. Ich muss nicht auf meine Plattform? Perfekt. Ich muss auch mal nicht, Gott sei Dank. Geh ich nicht nach oben. Kloppt mit auf die Urge. Oh Gott. Der nächste ist gefallen. Wir sind tot, wir sind tot. Ich dachte bei den Ogren spawnen auch nochmal jeweils einen Ritter. Oder nicht? Ah, okay. Okay. Ah, okay. Ja gut, dann verstehe ich, dann verstehe ich. Hm, hm, hm. Okay. Okay. Der macht jetzt Laguna das, oder was? Du, ja, wie. Hm, hm. Der geht da? Der geht mir dort hin. Der kann oben bleiben. Geil. Ich liebe es, oben zu bleiben. Deine küszperier die. Okay, ich muss gleich weg. Das